Herzlich Willkommen auf dem Sauer & Sohn Stand. Mein Name ist Tore Wolf. Ich möchte euch heute die neue Sauer 101 Highland XTC vorstellen. Unsere erste 101 mit handgelegten Carbonschaft. Wir haben unseren eigenen internen Gewichterekord gebrochen. Die Waffe fängt an bei einem Gewicht von rund 2400 Gramm bei einem 47 cm Lauf und Kaliber 308. Hier in der Standardversion im Kaliber 308 mit 51 cm Lauf haben wir hier ein sensationelles Gewicht von 2535 Gramm. Und die Oberflächen hier, der kanalierte Lauf und das Gehäuse sind DLC, Diamond Like Carbon beschichtet, also äußerst höchsten Schutz gegen Korrosion und Kratzer. Und auch wir haben eine kanalierte Kammer, nicht nur den kanalierten Lauf. Hier vorne auch die abnehmbaren Riemenbügel drin, wo ich dann auch das Sauer Carbon Byport reinpacken kann. Ja, und sind stolz, euch diese Waffe präsentieren zu können. Kommt in die Halle 6, besucht uns und schaut sie euch live an. Das nächste neue Produkt in der ganzen Carbon Reihe bei JP Sauer & Sohn ist dieses Jahr unser Carbon Carmo Schaft für die S404 Synchro XTC. Wie man hier sieht und wie ich es eben schon gesagt habe, wir haben handverlegtes Carbon. Man sieht hier, wir haben in dieser handverlegten Struktur, dieser Carbon Platten da drin, ist eine Textur drin, so dass das einen Carmo-Effekt hat. Ich wackele mal so ein bisschen hin und her. Ja, einfach mal vorbeikommen auf dem Stand anschauen, mit vielen weiten anderen neuen schönen Produkten. Ja, wir freuen uns.